Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Du möchtest, dass ich deine Stimme analysiere und mal drüber schaue, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Schau doch mal am besten auf meiner Homepage vorbei, tanyaladyvoicalstudio.com. Dort mache ich das nämlich schon seit einem Jahr, allerdings auf Englisch, von meinem englischen Kanal. Also du gehst am besten auf meine Homepage, dann findest du dort die Rubrik Singing Critique. Dann gehst du auf Singing Critique, sendest mir dein Cover, dein Musikvideo, dein Tape, deine Aufnahme und dann bekommst du von mir schriftlich eine Analyse zurück mit Übungen. Das ist natürlich die einfachste und die preiswerteste Form. Natürlich kannst du auch eine Stunde mit mir buchen, das findest du ebenfalls. Auf meiner Homepage tanyaladyvoicalstudio.com Ich freue mich total auf dein Tape, zöger nicht, mach dir keine Gedanken. Keiner ist von heute auf morgen Superstar geworden. Alle fangen irgendwo auch mal an und deswegen ist es super wichtig, dass man da Hilfe und Unterstützung bekommt. Und ich freue mich, dir diese auch zu geben. Ich drücke dich ganz doll aus dem fernen Singapur und liebe, liebe Grüße nach Deutschland. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.